ARD Text im Auftrag von Funk 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 Da kannst du topfarmen, äh, Feen, äh, Feen und Farmen, äh, Feen und Farmen, ja, Feen und Farmen, voll gut man, ja, ich find die voll gut bitte, alleine wegen dem Skin ist die voll gut bitte, macht den Gegner ne Angst genau, alter ich brauch auch nen Skin Team, ihr dürft mal raten, wer in unserem Team der Support ist, welcher Champion, bestimmt nicht du, Tariq, Ja. Scheiße. Ranked! Deenfum! Aber ich zag nicht rank, oder? Ne, wir zag nicht rank. Ok, wir zag nicht rank, alter. Wir zag rank. What's happening? Wie steht der, dennvolver in euren Placements? Ähm, 2 zu 2. Wunderbar. Du hast ja manchmal schon 2 Games verloren. Irgendwo unten bei Bronze 3. Wir haben 2 Games gewonnen. Oder ist das letzte? Bronze 1, Alter. Ey, brauchen wir dafür nur 5 Games, oder was? Ja. Krass. Ja, wir sind scheiß 5 und 5 Team, das hätte ich. Bei aller Liebe. Ja, da wächst nix mehr, ne? Letztes Mal, letztes Mal ist einfach einer auf Karl wieder. Haha, genau. Ja, Alter. Hey Kurt, wieso zockst du denn ohne den Heiko eigentlich? Das geht doch nicht. Seid ihr nicht so ein Paar? Ne, ihr zockt doch sonst immer zusammen, Alter. Ja. Nur einleitige Zwillinge. Ey, war zock ich zock? Ne, weil der Kamerbash online war, deswegen. Ja, ja, der ist online, aber der zockt Hearthstone. Ach, ja. Puh. Ach, Heiko, das Kamerbash, ey, das krieg ich immer noch nicht rein, ne? Hm. Du machst mal was tanky hier, Leute. Ne, ich hab auch vier Raddorf, das kann ich mir gebraucht. Mehr? Mehr geht nicht. Ja, vier Raddorf, das kannst du dir merken, gut. Ist auch so schwer, ne? Ja. Für mich. Ey, den Heiko hat ich ja wenigstens mal so wirklich gesehen, sag ich mal. Ja. Ja. Kann ich verstehen. Da hat man ein Bild vom Kopf, ne? Ja. Hätten die anderen Bilder gar nicht gesehen. Da fahr ich mich bis heute, wer das ist. Ich schick mal ein Foto gleich. Oh nein. Das muss man auch hier. Sechs Top, oder wat? Boah, Harry, das ist ein komisches Team. Warum haben wir so ein komisches Team, Jungs? Haben wir ein komisches Team? Ja. 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 Ja.